Die Verordnungskräfte Die Verordnungskräfte sind faschistisch Sie raten mit Vollgas auf den Abgrund zu Und sagen uns, wir seien nicht realistisch Sie wollen, dass die Kinder in die Schule gehen Anstatt für Zukunft zu demonstrieren Sie finden, sie vertreten die Vernunft Und sind nicht fähig, Neues zu kapieren Immer größer, immer weiter, immer höher Auf der Leiter, immer besser, immer schneller Denkenschlitzel auf den Teller Auf dem Hirn neu kreieren, konsumieren, aussortieren Ohne Wachstum keine Zukunft Spricht die Stimme der Vernunft Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020